Ach du Scheiße, das ist TVOcta in der Shop. 3, 2, 1. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Rocket League Sideswipe Video. Und Freunde, ihr merkt schon, ich bin komplett hyped. Es ist was geisteskrankes passiert. Wir haben gerade live gestreamt, wir haben gerade die 7000 Abonnenten geknackt. Erstmal ein riesen, riesen Dank. Alle, die noch nicht abonniert haben, Leute, macht es unbedingt. Es würde mich extrem freuen. Wir haben eine geisteskrank große Rocket League Sideswipe Community aufgebaut. Kuss an jeden, wirklich an jeden, jeden, jeden Einzelnen, der abonniert hat. Und der in Zukunft auch noch abonnieren wird. Freunde, wirklich, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke. Dass ihr keinen geilen Content mehr verpasst. Ihr, ganz wichtig, alle, die jetzt die Glocke aktiviert haben. Ihr seid die Ersten, die jetzt hier erfahren, was gerade in den Itemshop gekommen ist. Leute, ich glaube, ihr habt es schon im Titel gelesen. Ich glaube, ihr habt es schon im Titel gelesen. Aber wir switchen einfach direkt in die Szene. Wir switchen direkt in die Szene. Pass auf, wir waren gerade live und wollten hier bis zum neuen Itemshop streamen. Ich scrolle ein bisschen nach rechts und ich glaube, das sagt schon alles. Ich glaube, das sagt schon alles. Ich glaube, Rocket League lässt sich nicht lumpen, ne? Rocket League lässt sich nicht lumpen. Es ist kein Fake, Freunde. Guckt bei euch zu Hause auf dem Handy nach. Es ist kein Fake. Es ist kein Fake. Ein Titan-weißer Octane ist im Rocket League Sideswipe Itemshop für 2400 SP. Super günstig. Kann man sich sofort holen. Und er ist nur exotisch. Oh mein Gott, Leute. Ein Titan. Wir können ihn uns direkt gönnen. Wir werden... Guckt ihn euch an, Mann. Guckt ihn euch an. Was? Titan-weißer Octane in Rocket League Sideswipe. Es ist kein Fake, Freunde. Wirklich. Jeder von euch kann ihn ganz normal haben. Ihr könnt ihn alle kaufen. Wie geil ist das bitte? Ich bin so hype, Freunde. Schreibt mal alle eure Meinung unbedingt dazu in die Kommentare. Was sagt ihr zum neuen Titan-weißer Octane? Wir werden ihn direkt ausrüsten. Wir müssen uns direkt eine geile... Komm, boah, da ist er. Es ist einfach... Wir gönnen uns noch die Schlangenhaut oben drauf. Hauen noch unsere Titan-weißen FSL drauf. Ist das geil. Jetzt hätte ich jetzt noch einen pinken Heiligenschein. Ich hätte... Oh mein Gott, sieht das geil aus. Sieht das geil aus. Wir machen primär... Machen wir so ein geiles... So ein geiles Türkis. Und sekundär brauchen wir so ein Pink. Haben wir so ein Pink? Gibt es das in der Farbe? Ungefähr so, ja. Primär hier wieder so ein... Machen wir jetzt hier... Ja, was machen wir? So ein geiles Rot. Sekundär so ein... Gibt es da so ein Pink? Ist scheißegal. Wir lassen ihn komplett Rot. Dann machen wir noch 100% Glanz. 100% Metallic. Dass er noch so schön glänzt. Wir schauen uns noch mal kurz das Blaue an. Ja, geil, geil, geil. Guckt ihn euch an. TV Octane Rocklink Sideswipe. Annehmen. Zack. Wir gehen direkt rein in den Ones. Ich will ihn im Game sehen. Ich bin so aufgeregt. What the fuck? Chill, chill, chill. Alles gut. Wir müssen runterkommen. Wir gehen direkt rein in Ones. Wir gehen direkt rein in Ones. Das erste Spiel mit einem... Also an alle, die es jetzt gerade nicht checken, die jetzt vielleicht früher nicht Rocket League gespielt haben oder so. Aber in Rocket League, so der TV Octane war so gefühlt so das geilste Auto, was so jeder haben wollte. Jeder wollte in TV Octane. Früher noch, wo ich noch getradet habe. Mein größtes Ziel war, irgendwann einen TV Octane zu haben. Klar, TV Dominos ist noch mal krasser. Aber es war auch so ein Riesenziel von mir, einen TV Octane zu haben. Ich glaube, es macht natürlich keinen Riesenunterschied im Game. Man sieht es auch nicht so enorm. Aber ich sage euch ehrlich, ihr werdet in nächster Zeit, glaube ich, fast nur noch ausschließlich gegen Leute spielen, die wirklich einen TV Octane auch haben. Ja, ich schwöre, es ist das beste Auto der Welt. Sowieso Octane, glaube ich, gehört safe zu den geilsten Autos in Sideswrap. Meine Top 3 war ja bis jetzt Scarab noch auf Platz 1. Platz 2 ist Dominos. Und Platz 3 ist, glaube ich, sogar schon der Octane. Platz 3 ist, glaube ich, schon der Octane. Weil der einfach... Es gibt auch extrem... Ich glaube, die ganzen Pro-Spieler so in Sideswrap. Es gibt ja schon ein paar Leute, die so GC sind. Ich glaube, die spielen auch alle Octane. Und jetzt gibt es einfach einen titanweißen Octane. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Wie geil ist dieser... Oh mein Gott. Ich komme einfach nicht drauf. Klar. Wie random. Also ich habe jetzt mit allem gerechnet. Ich habe gedacht, vielleicht bringen sie neue geheime Items rein oder so. Vielleicht kommt, weiß ich nicht, eine neue Torexplosion. Vielleicht irgendwie so ein Merc in Safr in Blau oder so. Aber einen titanweißen Octane? What the fuck? Ich schwöre, guckt es euch an. Es ist... Nekar. Nekar. Was ist das? Ich komme irgendwie nicht ganz drauf klar. Ich sage es euch ehrlich. Ich komme nicht drauf klar. Hä? Hä? Ich weiß nicht, soll ich das jetzt feiern? Dass die einen titanweißen Octane reingebracht haben? Oder... Der Gegner hat aufgegeben. Er hat einfach aufgegeben. Guckt ihn euch an. Titan. Weißer Octane. Er ist es einfach. Ey. Oh mein Gott. Freunde, ich würde, ich würde, ich würde, ich, ich, das Video hat ja jetzt auch nicht einen Cut, ne? Weil es ist einfach ein Video, ich will es einfach direkt hochladen. Das ist perfekt, ohne Musik, ungeschnitten. Kommt jetzt so hochladen, dass ihr die Ersten seid, äh, die wissen, dass ein Titanweißer Octane im Itemshop ist. Ungeschnitten, Leute, nehmt es mir nicht übel, aber ich will wirklich, so schnell es geht, hier das Video hochladen. Deswegen wird es jetzt hier ungeschnitten sein, ohne Cut, ohne irgendwelche Musik. Einfach nur stumpftes Video mit meiner Stimme. Nur, dass ihr alle Bescheid wisst, dass ein Titanweißer Octane in der Itemshop ist. Freunde, wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, lasst unbedingt ein Abo da. Lasst auch auf jeden Fall ein Like da. Und aktiviert die Glocke, um kein geiles Rocket League Sidescribe Video mehr zu verpassen. Freunde, ich würde sagen, die Männer nochmal ganz kurz in die große Creme. Hau dir rein und ciao. Ciao. Okay, jetzt muss ich das Video noch beenden. Ey, Leute, danke, ne? Danke an jeden Einzelnen, der am Start war. Ciao, ciao.